Da schauen wir auch mal ganz kurz rein. Unprofessionell, Lit or Shit, Shisha-Turbine 2.0 von dem guten Leska. Da bin ich wirklich gespannt, was der dazu sagt, beziehungsweise was er zu sagen hat. Shisha-Turbine, Lit or Shit. Oh, hallo, wir sind ja auch schon da. Junge, was ist denn das für ein geiles Intro, bitte? Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen. Ich hoffe, Ihnen geht es einigermaßen gut. Willkommen recht herzlich. CEO, Geschäftsführer von der Marke, über die wir reden. Ich grüße Sie, Herr Max. Und zwar geht es heute... Oh, Alter, wenn der schon so anfängt, gibt es ein bisschen Stress-Video, Alter? Um die Thematik... Alter, das geht 20 Minuten. Na, Prost, Mahlzeit. Die Antwort auf Lit or Shit, Shisha-Turbine 2.0 So, und zwar geht es darum... Das Intro war, by the way, nur Spaß, bevor jemand das ernst nimmt. Ist es mein Humor? Akzeptiere es oder lass es. Und zwar geht es darum, auf mein Lit or Shit-Video wurde geantwortet von der Marke... Oha. Und wir gehen jetzt erstmal... Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Lieber Leska, wir haben uns ein professionelles Video auf YouTube angeschaut und danken dir für dein Feedback. Das halten wir mal so fest. Kommen wir gleich zu. Erstes Thema, die Nieten. Ihr habt euch daran erinnert, ich habe mich aufgeregt darüber, dass die Nieten nicht in der gleichen Farbe sind, wie das Blech, was drumherum ist. Wir warten, äh, wir gucken auf die Antwort. Wir verwenden Nieten, weil es einfach schneller geht und besser aussieht. Und aus Sicherheitsgründen, damit nicht jeder das Gerät öffnen kann. Hinten die Nieten sind schwarz, weil die Gehäuse vor der Pulververschichtung zusammengebaut werden. Es gibt eine Lim... Also Limit Edition, wo alles Black ist. Bei dem Thema Nieten habe ich mich darüber aufgeregt, dass halt die Vorderen mit Silber sind, die so ganz kurz neben dem Logo sind. Wenn ich 100 Euro für so ein Gerät oder 110 oder was weiß ich, was die kosten, dafür zahle, dann würde ich mir halt schon wünschen, dass es komplett schwarz ist. Dass man sowas halt nicht sieht. Ich habe auch gesagt in meinem Video, dass es Meckern auf hohem Niveau ist. Das habe ich gesagt. Das heißt, ich habe einfach nur einen Wunsch geäußert oder habe mich zu etwas geäußert, was mich halt gestört hat. Und ich habe mich da mal, dahingehend, mal noch ein bisschen in eurem Online-Shop umgeschaut. Und hier auf diesen Bildern sehe ich nicht... Also hier, Chat, für die, die das noch nicht wissen, hier vorne sind zwei Nieten, die sind Silber und bei diesen auch. Jetzt könnte man aufgrund des Kommentars ja denken, okay, Limit Edition, da sind die Nieten in der Farbe. Nein, es ist wirklich nur bei dieser Version so, die No-Wesom Edition, wo komplett alles schwarz ist. Da ist das Kabel schwarz, da sind die Nieten hier vorne schwarz, da ist alles schwarz. Bei den beiden sieht man die Nieten wieder hier in Silber. Jetzt frage ich mich, oder man könnte ja jetzt denken, okay, die Bilder, das sind rein editierte Bilder, die wurden vor der Produktion gemacht, von einem Designer, etc. Das sind gar keine richtigen Fotos, sondern die wurden halt vor der Produktion digital erstellt. Nein. Ich will es nochmal kurz... Okay, Punkt, Punkt fühle ich an sich, wenn man mal kurz hat, dass man ein Bild hat. Und zwar... Punkt mit den Nieten fühle ich schon fürs Optische. Ich weiß nicht, ob man die Turbine bauen könnte, aber nee, ich glaube, der Lüfter und oder die Kohlespirale, also die Heizspirale, die wird, glaube ich, dann genietet und vorab werden die Gehäuse pulverbeschichtet beziehungsweise dann lackiert. Das heißt, es ist, glaube ich, auch gar nicht möglich. Du müsstest, wenn dann pro Farbe der Turbine diese einzelnen Nieten haben, für diese Individualisierung der einzelnen Farben. Möglich, bestimmt, machbar auch. Ist persönlich so ein Fifty-Fifty-Ding. So, ob es schön aussieht oder nicht, yo, bin ich auf jeden Fall zum Teil da. Trägt es dazu bei, dass die Turbine funktioniert oder nicht? Mäh. Kann man das ganz gut erkennen, wenn man sich das Bild öffnet von der jeweiligen Shisha-Turbine, dass hier sieht man noch die Spiegelung. Es wurde nicht sauber ausgeschnitten. Das ist jetzt nicht, weil ich euch irgendwie sagen will, dass ihr schlechte Produktbilder oder so habt. Ich weiß selber, dass es sehr, sehr schwer ist, solche Sachen auszuschneiden. Weiß ich. Und hier oben sieht man es halt auch, dass halt nicht sauber geschnitten wurde. Fühl ich, fühl ich, ja. Was ich mich nur frage, wenn das doch nachträglich bearbeitet wurde, dass der Hintergrund rausgeschnitten wurde, no problem. Aber warum wurden die Nieten rauseditiert? Jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt die No Vesem Edition, da ist sowieso alles black, vielleicht sieht man die deswegen nicht. Nein. Hier genau das, genau der gleiche Fehler im Endeffekt. Fehler, vielleicht ist es auch extra so, keine Ahnung. Aber die Nieten wurden nachträglich entfernt. Wenn doch vorne Nieten sind, dann lasst sie doch auf den Produktbildern einfach mit drauf. Fertig. Müsst ihr nicht machen, ist euer Shop, ist mir egal. Aber wenn ich die so bestellen würde und dann die bei mir ankommt und hier vorne auf einmal so zwei hässige silberne Nieten sind, die sich die ganze Zeit, die deinen inneren Mund, die ganze Zeit twiggern, würde ich... Fühl ich. Ja. Fühl ich den Punkt. Der innere Monk. Ja, hat er auf jeden Fall recht. Ja, ich meine, für den Preis zwischen 90 und 110, 120 Euro könnte man definitiv die Nieten in der Farbe der Turbine machen. Ja. So würde das... Also, ich habe von noch nie eingehört, dass die Nieten stören und dass man das farblich einheitlich haben will. Aber klar, man könnte als Kunde sagen, hey, ich zahle sehr viel Geld für ein hochwertiges deutsches Produkt. Warum sind diese kleinen Monk-Fehler dort drin? Persönlich würde ich mich schon drüber aufregen. Meckern auf hohem Niveau, habe ich oft genug gesagt, aber ist eine Sache, die würde mich stören, wenn ich das Gerät einfach so bestellt hätte und diese Nieten auf den Produktbildern nicht zu sehen sind. Zweiter Punkt. Schalter. Sehr widersprüchlich deiner Aussage, da du selbst das Gerät mit einer Funksteckdose benutzen tust. Dazu möchte ich als allererstes sagen, nur weil ich das Gerät mit einer Funksteckdose benutze tue, heißt das nicht, dass ich das nicht... Digga, benutzen tue? Das ist aber auch kein Deutsch, oder? ...ich in dem Video erwähne. Ich mache kein Video, um zu sagen, wie ich das benutze, beziehungsweise ich habe ja gesagt, wie ich das benutze, aber ich darf mich doch trotzdem darüber... Wenn man die Nieten einsetzt und die festzieht mit dem Gerät, könnten die aber auch dabei am Lack beschädigt werden, daher auch eher schwierig. Fühle ich auch den Punkt. Also ich glaube, jeder hat so, man könnte es machen, aber wegen Lack, dies, das tralala und dann beschwert man sich vielleicht wieder, weil da Lack abgeplatzt ist, dann hast du den Kunden, der sich da wieder aufregt, machst du das so und platzt was ab, regt er sich auf, machst du das so, regt sich auch einer auf. Ich glaube, am Ende des Tages kannst du an jedem Produkt irgendwas finden, was den innerlichen Munk nicht befriedigt. Ich persönlich, klar, es sieht vielleicht nicht schön aus, aber am Ende des Tages klatsche ich da drei Kohlen rein, mache das Ding an und das tut, was es tun soll, weißt du? ...aufregen oder das trotzdem anmerken für Leute, die vielleicht davon ausgehen, weil es bei jedem Kohleanzünder eigentlich so ist, dass ein Schalter, ein Drehrad oder irgendwas da dran ist, nur bei diesem Gerät halt nicht. Deswegen darf ich das auch trotzdem erwähnen, oder nicht? Nur weil ich das Gerät mit einer Funksteckdose benutze, heißt das nicht, dass jeder zu Hause eine Funksteckdose rumliegen hat oder so einen Dreifachstecker mit einem Schalter oder so. Die muss er sich dann erst wieder kaufen. Dafür ist sie genau gemacht oder du holst dir einen an Aussteckdosenstecker Baumarkt, zwei bis drei Euro. Wir haben keinen Schalter wegen Zuverlässigkeit. Also so einen Schalter kann man eigentlich sehr oft betätigen, aber lassen wir mal da so gestellt. Keine Ahnung, wo ihr nachgeschaut habt. Der Schalter kostet ein bis drei Euro und kann kaputt gehen. Das wollen wir nicht. Okay, dann lass die Spirale raus, weil die kann kaputt gehen. Lass den Lüfter raus, weil der kann kaputt gehen. Lass das Kabel weg, weil kann kaputt gehen. Mach es über Induktion. Und oh, das kann ja auch kaputt gehen. Egal. Ihr wollt keinen Schalter am Gerät dran haben, kein Problem. Ich habe es nur als ein Punkt, der mich persönlich stört oder den ich anders erwartet hätte, gesagt und alles ist gut. Hatten die aber früher. Ich glaube, in der ersten, zweiten, dritten Version war da mal ein Schalter und Max hat den, glaube ich, rausgenommen, weil es da viele Probleme gab. Klar, könnt ihr jetzt wieder sagen, jo, dann nimm doch einen hochwertigeren Klickstecker an und aus. Mich persönlich stört es jetzt auch nicht. Klar, ich mache oben einmal Leiste beziehungsweise draußen auf dem Balkon das Ding an und aus. Ja, ist halt auch wieder so ein Punkt. Kann man machen, stört es einen. Du kannst es aus vielen Punkten sehen. Bei so einem teuren Produkt muss ich mir dann extra eine Steckdose holen, wo ich einen Aus- und Anklicker habe, Ein- und Ausschalter. Will ich das direkt an dem Produkt dran haben? Am Ende des Tages würde ich persönlich sagen, wenn der Hersteller das schon mal hatte, getestet hat und das ging nicht gut, okay, könnte man einmal ausprobieren mit einem Hochwertigeren oder man lässt es. Mich persönlich stürzt es nicht. Den einen oder anderen stürzt es vielleicht. Lesker stört es. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist, glaube ich, das geringere Übel. Ob du da jetzt nun in die Steckdose rein oder raus oder mit Alexa oder nicht. Willst du das haben? Ja oder nein? Ich persönlich bin da relativ stumpf eingestellt. Steckdose, yo, Nieten, mir auch egal, das Ding soll die Kohle anmachen mit dem Booster da drauf. Ist okay. Und bei dem Thema Schalter wird auch noch gesagt, sehr widersprüchlich der Aussage, bla bla bla. Dafür ist sie genau gemacht oder du holst dir einen An-Ausstecker im Baumarkt, zwei bis drei Euro. In der Bedienungseinleitung steht es aber nicht so drin, dass sie dafür gemacht ist. Da wird gesagt, Stecker rausziehen, Stecker reinstecken. Und das habe ich bemängelt. Also weiß ich nicht, warum deine Aussage in dem Kommentar auf einmal ist. Genau dafür ist sie gemacht und meine Aussage wäre widersprüchlich. Weil in der Bedienungsanleitung steht es drin, dass du einen Stecker raus und reinstecken sollst beziehungsweise rein und rausstecken sollst. Lautstärke, es wird Luft bewegt. Dritter Punkt, Lautstärke, es wird Luft bewegt. Das geht leider nicht lautlos. Danke, weiß ich auch. Ich habe in Physik aufgepasst. Der Lüfter dreht mit 10.000 bis 15.000 Umdrehungen pro Minute. Also keine ad dequante Aussage. Der Lüfter besitzt TÜV, CE und ROS. Und auch hier wieder, es war nur eine Aussage, die ich getätigt hatte, was mich sehr überrascht hat. Mir ist klar, dass Luft sich nicht lautlos bewegt und mir ist auch egal, mit wie vielen Tausend Umdrehungen der sich dreht oder so. Aber wenn ich jetzt einfach daran denke, ich hole mir dieses Gerät und man weiß nicht vorher, wie laut das ist. Und genau dafür sind solche Videos gemacht, oder meine Videos zumindest. Mein Lit or Shit ist dafür gemacht, dass Leute... Finde ich geil, Alter. Da müssen wir mal in Zukunft gucken, ob der Leska da noch mehr von hat. Weil das finde ich eigentlich ein geiles Format, Alter. Die Teile schön auseinandernehmen, klar, muss man natürlich auch sagen, man muss ein bisschen aufpassen. Lit or Shit, so mäßig. Aber an sich finde ich das eine geile Reihenfolge. Bei uns, mit beispielsweise David, Marvin oder ich, jetzt auf YouTube mal gesehen, mit der Reichweite und mit der Größe, kann das natürlich in der Shisha-Szene, klar, bei so Elektrogeräten und Co. kannst du das machen, aber bei anderen, da gibt es sehr, sehr viele Leute und Hersteller in der Szene, die es nicht so gerne sehen und die dort auch gern mal was Gerichtliches rausschicken, obwohl es am Ende des Tages seine, unsere oder meine Meinung ist. Da muss man aber auch wieder aufpassen, bist du gewerbetätig, so wie ja David, Marvin oder ich zum Beispiel sind, ist das wieder, steht das wieder im Interessenkonflikt, hat der einen Job, hat der nicht, hat der ein anderes Produkt, deswegen will er jetzt schlecht drehen, dies, das, tralala, das hatte ich ja schon mal alles durch. Aber an sich, finde ich das eine geile Sache. Die sich überlegen, ein Produkt zu holen, sich aber nicht sicher sind, dieses Video anzugucken und diese Punkte, die ich nicht erwartet habe, die in dem Video mit drin waren, die Leute vorbereitet sind, wenn sie sich so ein Ding bestellen. Wenn beispielsweise ich die Kohle im gleichen Raum anmache oder in meinem Fenster oder sonst was und die ganze Zeit dieser Lüfter dreht, ich mache das im anderen Raum, mich stört das nicht zu sehr, aber wenn ich es im gleichen Raum machen würde... Gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt sehen, der ist laut, ich mache es im gleichen Raum an, im gleichen Raum solltest du Kohle eh niemals anmachen, bei Kong und Co. auf jeden Fall draußen an der in Anführungsstrichen frischen Luft, niemals im gleichen Raum, das machst du drei, vier Mal, dann kippst du weg, dir wird schwindelig, dies, das, dralala. Wer natürlich nicht die Möglichkeit hat oder keinen Balkon hat, ist es schwierig. Gut, du kannst es ans Fenster stellen, aber dann stinkt deine komplette, deine komplette Bude immer nach Kohle und so. Ich kriege es auch nicht mit, weil wie gesagt, der Lüfter steht oben auf der Terrasse draußen. Klar ist der etwas lauter, ist schwierig, ob man da den Punkt ansetzen kann, das Ding ist zu laut, so weißt du? Dann wird es mich stören. So, und es war ja nicht die Aussage, dass es komisch ist, dass der überhaupt eine gewisse Lautstärke hat, sondern mich hat einfach überrascht, wie laut das Gerät ist. Und es heißt ja Turbine, ist es doch alles in Ordnung. Meinetwegen macht das Ding so laut wie eine Flugzeugturbine, ist doch alles gut. Spirale und Austausch. Jetzt wird es interessant. Wir geben auf die Spirale sechs Monate Garantie bei richtiger Pflege, in Klammern, steht auch alles auf unserer Webseite www.shishaturbine.de Klammer zu. Wir bieten ein Pflegeset an für die Spirale. Damit sollte gearbeitet werden. Und dann hält die Spirale locker zwei Jahre. Wenn du mit dieser Aussage in diesen Kommentar reingehst, dann kann ich einfach nur sagen, kann sein, dass Hersteller euch da nicht die Kooperation kündigen, wenn ihr deren Produkte nur schlecht redet, weil sie es als Produktschädigung finden. Da kann man auch wieder zwei Ansichten haben. Beispielsweise jetzt. Ich nehme die erste Shisha-Turbine, die halt in Anführungsstrichen im Prototyp war. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die vierte, fünfte Generation, wo der Max ja schon vieles ausgebessert hat und verbessert hat und so. Wenn aber jetzt beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal, ich habe hier das Wasser von Kaufland. So, ich test, ich bin ein, ich bin ein Wassertester. So, mach mal auf. Digga, so weird. Ich bin ein Wassertester und habe mir das gekauft und sage, ah, das Kauflandwasser, natürliches Mineralwasser, Medium, ist mir zu spritzig, hat einen komischen Geschmack, dies, das, tralala. Und dann kriege ich eine Kooperation mit einem anderen Hersteller und teste das Ding einfach und sage, das und das gefällt mir persönlich nicht, ja. Es ist ja meines Tages immer eine persönliche Sache, äh, wenn, keine Ahnung, ein Stein im Wasser ist und ich sage, das ist kacke, dann wird das auch Kevin aus der 7b nicht geil finden, wenn da ein Stein im Wasser ist. Aber wenn du konstruktive, Chris grüßt sich, wenn du konstruktive Kritik rausballerst und der Hersteller daraus dann den Entschluss zieht, okay, ich zeige dich an, ich mache dich fertig, keine Ahnung was, dann weißt du ganz genau, was das für ein Mensch ist. Oder du hast den Hersteller XY, der sagt, ey Digga, was können wir verbessern? Vielen Dank für deine Kritik, richtig geil, die ist das, da gibt es ja nur mal zwei Seiten. Entweder den Hersteller, der sich das annimmt und die Kritik umsetzt und sagt, okay, das haben wir auch nicht gesehen. So, jeder hat irgendwann einen Tunnelblick und sieht nicht mehr, was er macht oder sieht vielleicht kleine Dinge nicht, die die Kunden sehen. So, der Kunde ist ja dein, dein bestes Produkt oder, oder der beste Partner, um dein Produkt zu verbessern. Ähm, aber wenn, 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 einer dann, äh, dir eine Produktion, eine Kooperation oder sowas kündigt oder, oder dann nur noch, äh, schlecht über dich redet und dich fertig machen will und tralala, dann ist bei mir so, dann kann derjenige dann auch gehen. So, weil nur gut reden ist halt auch sinnlos, ne? Bei Tabak ist das natürlich immer so ein Ding, wenn ich zum Beispiel Tabak teste, dann suche ich mir halt das raus, wo ich mir denken könnte, okay, der könnte mir schmecken. Da stelle ich nichts vor, wo ich schon im Vorhinein weiß, das ist nichts für mich, weißt du? Und hat halt auch immer noch, ähm, was damit zu tun mit Geschmack. Mir schmeckt Doppelapfel, Achim sagt, Bruder, Doppelapfel, übel eklig, dann ist der Doppelapfel aber nicht scheiße oder, oder ich gekauft oder sonst sowas, wenn ich sage, Doppelapfel ist geil, sondern es ist dann ein Geschmacksding. Hier ist es ja einfach nur ein reiner Kundentest und er sagt bisher, was ihm nicht passt, was ihm nicht gefällt oder was sein inneren Monk nicht befriedigt. Okay, wenn du sagst, mit dem Pflegeset hält die Spirale locker zwei Jahre, dann gibt es zwei Jahre Garantie drauf oder mach nicht so eine Aussage. Ich weiß, dass wenn es ein Garantiefall ist, steht auch auf eurer Webseite, ich kann es mal kurz zeigen. Wir gewähren sechs Monate Außersteigerantie auf die Spirale. Hab aber bitte verständnis, es ist offensichtlich überanspruchte Spiralen. Da ist auch wieder die Frage, wie, ab wann ist es überanspruch? Erst wenn ich damit standardmäßig zehn Kohlen anmache, weil nach Beschreibung gehen glaube ich neun oder sieben, ich weiß es nicht genau. Oder wenn ich die zu häufig benutze, von der Garantie ausgeschlossen sind, wir bitten vorab um die Zusendung eines Fotos, damit wir uns von dem Zustand der Spirale ein Bild machen können. Okay, dann kannst du dir aber auch ein Bild machen, ob da mit dem Pflegeset gearbeitet wurde oder nicht. Und wenn du siehst, dass innerhalb von zwei Jahren mit dem Pflegeset gearbeitet wurde, dann kannst du ja auch zwei Jahre Garantie drauf geben, weil du sagst ja, es sind zwei Jahre, die sie locker hält, wenn man mit dem Pflegeset arbeitet. Okay. Anleitung zur Pflegeset... Muss ich persönlich dazu sagen, Pflegesets nutze ich sehr, sehr selten. Ich habe ja mehrere Turbinen. Äh, auch den Cube habe ich hier. Ich persönlich, das Ding steht draußen, da ist mal ein bisschen Schnee drauf gekommen, dann wird er wieder heiß, dann hat es mal geregnet. Ähm, habe persönlich gar keine Probleme. Wenn du das Ding natürlich absolut versiffen lässt, du machst die Kohle an, bei Regen, bei Schnee, kalt, dies, das, tralala. Also wenn man das Ding richtig versiffen lässt und benutzt wie die letzte Punkt, 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 Punkt auf der Straße. So. Dann habe ich auf jeden Fall Verständnis dafür, weil man sieht es wirklich. Ich habe schon mal Bilder gesehen von der Turbine, gerade in den hohlen Facebook-Gruppen, ähm, wo gesagt wird, hier nach drei Monaten, äh, was für ein Schmutzprodukt für den Preis. Wo du aber schon siehst, das Ding wurde einfach, das, es wurde gequält, es wurde behandelt wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und dort siehst du einfach, dass dort vorsätzlich, äh, dem Unternehmen Schaden zugefügt werden wollte, sollte, wie auch immer. Das siehst du einfach. Die Spirale war komplett zerwichst. So. Wenn ich bei David bin, wir machen öfter mal sechs Kohlen an, äh, sehr oft am Tag. Da ist alles gut. So. Deswegen auch hier der Punkt, wenn man alles pflegt, dann, äh, dann hält es auch natürlich lange. Lässt du das komplett verrotten, dann hält das Ding natürlich auch nicht lange. Dann braucht man sich aber auch am Ende des Tages, meiner Meinung nach, nicht beschweren, wenn es nicht so lange hält. Ne? So. Was weiß ich, ein Auto, wäscht du nie, äh, kriegst irgendwann Rost, scheißt da auch drauf, äh, Winter, kalt, äh, feucht, dies, das, tralala, du kümmerst dich nicht drum. Dann ist es natürlich auch, schneller am Arsch, als, als du, äh, als er es lieb wäre. Aber, achtest du auf die Dinge, dann hält das auch. Ja, also ich hab jetzt den einen Cube, das war ein Prototyp, den hab ich locker schon ein Jahr, da ist nicht ansatzweise was. Bei einer anderen Turbine, die hatte ich dann schon anderthalb, oder fast zwei Jahre. Da ist gefühlt auch nichts. So. Und dann kommt halt wieder irgendeiner aus einer Facebook-Gruppe, der das Ding komplett zerwichst und sagt nach zwei Monaten, oh, richtig geiles Produkt für den Preis, äh, richtig Müll. In der Bedingungsanleitung, wer hier noch, wer hier nicht so oft reinigen mag, gibt es ein ein Millimeter starkes Kohleblech zum Schutz der Spirale. Da ist wichtig zu wissen, viele denken jetzt, okay, ich kauf mir dieses Kohleblech, muss die nicht mehr, äh, pflegen, oder dieses Pflegeset brauche ich dann nicht mehr, falsch. Du brauchst dieses Pflegeset trotzdem, du brauchst es halt nur nicht so oft. Durch die hohe Power, trotz weniger Watt als andere Anzünder, sollte die Shisha-Turbine gepflegt werden. Temperaturen bis zu 900 Grad Celsius sind mit unserem Produkt Standard. Und das mit nur 700 Watt. Okay, kann so sein, keine Ahnung, fehlt mir jetzt noch ein bisschen so die Aussage, oder die Antwort auf das Video. Spiralenwechsel. Erst behauptest du, dass man alle Nieder aufbohren muss, was eine totale Falschaussage ist, danach redest du weiter und erklärst es richtig. Super, mehr wird zu dem Spiralenwechsel nicht gesagt. Wer damit gut umgehen tut und nach Anleitung arbeitet, hat lange Ruhe und muss nichts machen, außer dieses Produkt zu pflegen. Das ist wie mit einem schönen Auto mit viel Leistung, welches auch erst mal eingefahren werden muss. Genau. Und zu der Aussage einfach nur mal, ein Kollege, der das Pflegeset benutzt und der auch den Booster von euch hat, musste die Spirale nach einem Jahr wechseln. Er hat das Pflegeset benutzt, er hat das nicht überanspricht und so weiter und so fort. Also diese locker zwei Jahre zählen da schon nicht. Deswegen gibt ihr auch keine zwei Jahre Garantie drauf, sondern nur sechs Monate. Sechs Monate hält ein normaler Kohleanzünder auf. Ist halt auch, ja, nee, nee, kannst du halt nicht so leicht an sich sagen. Jeder sieht halt auch zum Beispiel Pflege anders. So, ist bei dir Pflege, ich reinige meine Pfeife einmal im Monat, ist Pflege. Ist Pflege für jemanden, ich putze meine Pfeife nach jedem Kopf, Pflege. Normale Kohleanzünder, sechs Monate, auf gar keinen Fall. So, gerade die China, also es ist ja eigentlich nur die Shisha-Turbine oder China-Anzünder, die können, die können schon kaputt ankommen. Da kann der FI-Schalter fliegen, die können einen Tag halten, einen Monat, ein Jahr. Das ist halt immer so ein, so ein Spiel mit dem Feuer. So, damals die China-Anzünder waren auf jeden Fall qualitativ hochwertiger als die heute, weil heute ist nur noch Monster-Marge. Billig, billig, billig und relativ teuer verkaufen. So, äh, mit den, mit den China-Produkten hatten wir auch, die sind angekommen, die Kunden haben gekauft, kam kaputt an, ging nicht an, äh, Kabel war schon zerschossen, die, die, die China-Kabel, die sind ein, 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 ein Haardick. Ähm, da kannst du nicht pauschal sagen, die halten locker sechs Monate. Ich kenne Leute, die haben China-Anzünder für einen Zwanni, der hält ein Jahr, anderthalb, dann bricht der die Spirale auf, der brennt gefühlt das Haus weg. Ähm, das Ding kann, wie gesagt, eine Woche halten, das kann, früher zum Beispiel hatten wir, äh, die China-Anzünder, die haben zwei, drei Jahre gehalten, dann war mal die Spirale im Arsch, alles cool. Ähm, ich kann persönlich nur sagen, gehst du mit der Turbine gut um, wie gesagt, die älteste ist, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre oder so, da habe ich kein Hitzeverlust, da habe ich, äh, kein Verlust, dass der Lüfter im Arsch ist, äh, die Spirale sieht noch babamäßig aus, für die Zeit, muss man dann auch sehen, ne? Ist auch wieder so ein Thema, da musst du halt gucken, ballerst du jeden Tag dort einen Kilo Kohle rein, äh, lässt den länger laufen, als gedacht, äh, oder ballerst du nur jeden Tag einen Kopf, dann hält die auch länger, piepap, also es gibt, es gibt halt sehr, sehr vieles, worüber man sich unterhalten oder diskutieren könnte, wie lange hält was, ne? Das ist halt das Ding. Und ohne diesen 36 Euro Booster oder 30 Euro Booster, keine Ahnung, was er kostet, bringt euch, äh, die Spirale auch nicht viel, so meine Meinung, denn es dauert genauso lange, wie wenn ich noch mit einem normalen Kohleanzünder, äh, machen würde, es geht nicht unbedingt viel schneller. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu den Bildern, und zwar, ich habe mich mal schlau gemacht, bezüglich euer Spiralenwechsel, da wird ja erst damit geworben, dass es alles zusammengebaut wird und so weiter und so fort, zu kennen wir ja schon die ganzen Sachen, und ein Kollege von mir, von dem ich vorhin geredet hatte, der das Gerät nach einem Jahr schon kaputt hatte, hat mir glücklicherweise mal die Chats zur Verfügung gestellt, die werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Er schreibt, wie kann man denn eure Spirale wechseln? Daraufhin, Shisha-Turbine, Spiralen wechseln, Turbine umdrehen, seitlich am äußeren Gehäuse sind drei Nieten versetzt, die das Bodenblech dort festhalten. Diese aufbohren, in Klammern 3 Erbohrer, danach, dann kann man das Bodenblech mit Lüfter zusammen herausnehmen und kommt überall gut dran. Aus gesetzlichen Gründen sollte das nur eine Elektrofachkraft oder wir durchführen. Liebe Grüße, Max. Finde ich gut, dass ihr darauf hinweist, dass es nur eine Elektrofachkraft machen soll. Finde ich auch eine gute Anleitung. Gut, dass ihr da wenigst kooperiert mit den Kunden. Dann fragt er, was kostet das bei euch, wenn man die euch schickt? 35 Euro. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal auf die Webseite geht, die Spirale kostet, soweit ich weiß, 20 Euro und man findet keinerlei Hinweise darauf, man findet keinerlei Hinweise dazu, sogar nicht, wenn man auf das Produkt drauf geht, dass hier irgendwas steht, wie man das, dass man das euch zuschicken kann, dass man das für 15 Euro mehr tauschen lassen kann von euch, findet man nicht. Finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, ist nicht, dass mich, macht wie ihr wollt so, aber finde ich persönlich ein bisschen schade, weil hier wird im Endeffekt meiner Meinung nach falsch beworben, weil hier steht 20 Euro und jeder denkt, okay, ich muss nur 20 Euro zahlen, um eine neue Spirale zu haben, um im Endeffekt einen neuen Kohleanzünder zu haben. Das wäre ja ungefähr der Preis, den man auch für einen neuen Kohleanzünder bezahlt, beispielsweise einen 1000 Watt Anzünder oder so, wäre ja ungefähr in der Preiskategorie. Aber dann kommen wir im Endeffekt nochmal 15 Euro Bearbeitungsgebühr dabei plus, was ich euch jetzt vorab schon mal sagen kann, ihr müsst den Versand hin selber übernehmen. Das heißt, da sind es nochmal 8 Euro oder 7 Euro oder 6 Euro. Das heißt, ihr seid unterm Strich bei 40, 41 Euro ungefähr für den Spiralenwechsel. Zwei Kohleanzünder. Nur gesagt. Man kann irgendwie auf eurer Webseite beantragen oder wie läuft das? Hat mein Kollege gefragt. Uns per Paypal das Geld überweisen und dann uns schicken mit einem Zettel drin, was gemacht werden soll. Okay. Keine Ahnung, ob das nicht zu realisieren ist. Auch hier würde ich mir wünschen, dass man da das einfach über die Webseite buchen könnte. Dann kriegt man ein Versandlabel zugesendet. Fühle ich den Punkt mit dem ist gerade so für Kunden eigentlich geil. Keine Ahnung, Austausch oder so. Irgendwie so eine Kategorie Austausch. Spiralenwechsel oder so. Dann buchst du das Ganze für 35 Euro oder halt noch mit Versand. Dann bist du bei 40 Euro roundabout. Kriegst das Versandlabel und kannst es dann dorthin schicken. Und kriegst, was weiß ich, Bestellnummer XY. Dann kommt die bei Max an und der weiß genau Bescheid. Aus Kundensicht finde ich das eigentlich einen guten Vorschlag. Damit kann man dann das Ding da hinschicken. Da hätte man auch direkt einen Auftrag etc. pp. Aber macht wie ihr wollt. Sage ich nichts gegen. Alles gut. Ein paar Monate oder ein, zwei Monate später fragt mein Kollege Moin, an welcher Adresse muss man die Turbine denn senden? Hi, steht in unserem Impresso. Okay, zu viel Arbeit, ganz kurz die Adresse zu schicken. Danke für Go on X. Direkt danach, wirklich eine Minute danach, die Frage, hast du die 35 Euro bezahlt? Fragezeichen. Also noch nicht, wollte erst mal wissen, wie das abläuft. Könnt ihr mir eure Paypal Adresse zuschicken und sagen, was ich auf den Zettel schreiben soll, damit ihr wisst, von wem es ist. Danach kam die Paypal Adresse. Einfach schreiben, was wir ausgemacht haben, was gemacht werden soll und so weiter. Okay, Kunde soll Bescheid wissen, was gemacht werden soll. Alles klar, ich hätte jetzt auf den Zettel geschrieben. Jo, Spirale wechseln, Zettel reingelegt, fertig. Das ist eure Paypal Adresse, wo ich das Geld hinschicken soll, Fragezeichen, weil ihr meintet, ja einfach 35 Euro via Paypal schicken und dann die Turbine zu euch mit Zettel, was gemacht werden soll. In diesem Fall die Spirale tauschen. Jo, genau, Name, Adresse und so weiter auch. Also einfach an eure Adresse, wo ihr gemeldet seid und den Zettel reinlegen, was gemacht. Okay, Digga, da muss man auch sagen, welcher Kevin hat denn da geschrieben. Na? Also da muss ich, oh Digga, also da muss man auch die Firma ein bisschen in Schutz nehmen. Ein bisschen mitdenken, würde ich persönlich jetzt sehen. Ja? Nicht fünfmal nachfragen. Paypal, was soll ich machen, bla bla und dann nochmal an eure Adresse. Bruder, an die Adresse, Paypal Geld bezahlen und einfach reinschreiben, Spiralenaustausch. würde ich jetzt persönlich sehen aus Kunde slash Firmensicht. Ja und vorher das Geld überweisen. Also bevor du losschickst, musst du das Geld überwiesen haben, sonst bringt das nichts. Alles gut, kann man so machen, macht Sinn. An die Adresse über Freunde oder Firma. Und darüber habe ich sehr, sehr lange nachgedacht, ob ich dazu was sage oder nicht. Ich werde da nicht viel zu sagen, aber meines Wissens mag Paypal es gar nicht, wenn Paypal geschäftlich genutzt wird und dann so eine Antwort von einer Firma kommt, schick uns das Geld über Freunde beziehungsweise er antwortet nur Freunde ja. Dann hat er die Adresse geschickt dahin, wie lange dauert die Reparatur ungefähr, hat er nochmal gefragt. Hat er geschrieben ja, genau dahin, ein paar Tage. Also man bekommt auch nicht irgendwie eine großartige Aussage, wie lange es dauern soll oder wie lange es dauern wird ungefähr oder so, wird nichts gesagt. Es wird nur gesagt paar Tage. Perfekt. Okay, habe ich zu euch geschickt, könnt ihr das schon nachvollziehen, ist da, danke, dann schicke ich das Paket zu euch. Also, erstmal, statt dem Kunden ganz kurz einfach nur die Adresse zu schicken, wird gesagt, steht in unserem Impressum, so nach dem Motto, mach selber, warum soll ich die Adresse für dich raussuchen, weil fühle ich den Punkt, du willst ja was von uns haben, okay, dann wird von einer Firma das Geld über Paypal-Freunde statt über Paypal-Firma verlangt, okay, euer Problem mit Paypal, ist mir egal, werde ich nicht viel zu machen, dann muss man einen Zettel dabei legen, was gemacht werden soll, wo man nochmal seine eigene Adresse draufschreibt und so weiter und so fort, okay, also, ich will das gar nicht so groß irgendwie an die Glocke hängen oder so. Könnte man halt einfacher machen über den Job, ne, Spiralenersatz plus Austausch, was es ist, Spirale in den Warenkorb, Austausch noch eine 15 und dann, äh, sollte das ja im System alles drin sein. Ich will da auch gar nicht irgendwie, äh, mich drüber aufregen, etc., pp., aber in meinen Augen und ich rede wieder von meiner Meinung, deswegen, Max, falls du dieses Video siehst, nimm das nicht zu ernst, es ist meine Meinung, finde ich persönlich sehr unprofessionell. In meinen Augen, ich finde es einfach nur unprofessionell, wie da gearbeitet wird, beziehungsweise wie das hier vorangeht. Ich finde unprofessionell, dass im Endeffekt auf der Webseite nicht ansatzweise irgendwie sichtlich gemacht wird. Okay, eine Spirale kostet 20 Euro, wenn du die bei uns tauschen möchtest, kostet 35 Euro, finde ich sehr schade für Leute, die sich vorab über das Produkt informieren wollen und man dazu halt im Endeffekt gar nichts findet auf eurer Seite. Aber genau dafür sind diese Videos gemacht, damit man genau solche Überraschungen nicht hat. Und jetzt kommen wir zum finalen Ende des Videos, denn in dem letzten Satz, wir erinnern uns an den ersten Satz, der war nämlich, lieber Leska, wir haben uns dein professionelles Video auf YouTube angeschaut und danken dir für dein Feedback. Am Ende des Kommentars, bevor du dich verabschiedest, schreibst du, wir hoffen, dass die, der, ich zitiere, wir hoffen, dass die, der Kommentar von uns weitergeholfen hat und du nun das Thema etwas professioneller angehen tust. Weil dein Video auf YouTube war es definitiv nicht. Da solltest du noch an dir arbeiten. Und jetzt erklärt sich auch das ganze Intro. Leute, ich hab hier keine große Fernsehsendung oder sonst was. Ich mach diese Videos, weil ich Spaß daran habe und ich mach diese Videos, damit Leute, die sich überlegen, etwas zu kaufen, nicht enttäuscht werden oder mit gewissen Sachen überrascht werden, so wie ich es wurde. Ich wurde mit der Lautstärke überrascht, ich wurde damit überrascht, dass kein Schalter da dran ist. Ich wurde damit überrascht, dass die Nieten vorne zu sehen sind, obwohl die im Online-Shop bei denen auch nicht zu sehen sind. Die wurden nämlich nachträglich rauseditiert. Man hat ganz klar gesehen, dass die Bilder bearbeitet wurden und wie gesagt, ohne Booster bringt euch das nichts und ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass dieser Booster nach einer Zeit sogar kaputt gehen kann. Von wann ist das Video? Ach lol, das Video ist von vorgestern. Okay. Also bei den Booster noch mal ganz kurz bin ich bei ihm. Die alten Modelle, die gingen in Anführungsstrichen relativ schnell in den Arsch. Die neuen, ich habe seit sehr, sehr langer Zeit einen neuen jetzt genutzt, weil bei dem alten ist irgendwann das Netz dort durchgebrannt. Bei dem neuen muss ich auf jeden Fall sagen, ist die Qualität viel, viel besser. Also der hält jetzt schon mehrere Wochen slash Monate und da ist gar nichts zu sehen. Also das ist wirklich nicht ansatzweise zu sehen, okay, hier wird es demnächst bröckeln oder so. Nichts. So, von daher kann man davon ausgehen, dass dort auf jeden Fall noch mal eine Qualität rumgebastelt wurde, aber ich glaube auch, der hat sich noch mal gut im Preis entwickelt. Das heißt, ihr habt einfach nur mehr und mehr und mehr Kosten. Wenn ihr dazu noch ein Video wollt über so eine Kostenaufstellung oder so, wie viel die Shisha-Turbine eigentlich mehr kostet gegenüber einem normalen Kohleanzünder, nur damit ihr ein paar Minuten schneller die Kohle habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt und ja, nochmal Grüße, lieber Max, du findest meine Videos auf YouTube nicht professionell, ich find dein ganzes Produkt nicht professionell. Nochmal zum Schluss einen kleinen Front rausgehauen. Aber coole Serie, Alter. So, gehen wir nochmal kurz aufs Video, Alter und gleich mal direkt ein Abo dalassen. Da will ich in Zukunft mal mehr sehen davon, weil das finde ich an sich eigentlich ganz nice. Das ist ein cooles Format. Kommt natürlich auch drauf an, welches Produkt und welche Firma man dort am Ende des Tages hat, ne?